Also ich habe die Istanbul-Karte über das Internet entdeckt und ich muss sagen, ich war fasziniert. Also am Anfang war es wie eine Karte, die man kennt eigentlich von Berlin City Card, aber der ganze Service, der dahinter steckt, war für mich wirklich phänomenal. Er war sehr persönlich, wenn ich ihn in Frage hatte, ich wurde sofort kontaktiert, man hat mir sofort Auskunft gegeben und auch der Service vor Ort war über die Maßen begeisterungswürdig und war wirklich so professionell, der sich sagen muss, ich würde es jedem empfehlen, es zu machen, es hat sich absolut gelohnt und ich kann es nur empfehlen.